Ich muss ja mal kurz zur Finanzlage ein paar ehrliche Worte sagen. Wir haben einfach kein Geld mehr. Und das, was die vergangenen Jahre der Bund über die Corona-Hilfspakete, über die Energiehilfspakete, die wir zur Subventionierung des Gas- und Strompreises genutzt haben, bezahlt haben, 800 Milliarden Euro, da ist jetzt Zurückzahlzeit. Und deswegen stehe ich heute nicht vor Ihnen und kann nicht sagen, das können wir alles noch finanzieren, sondern es ist in einer gewissen Weise auch der Zeitpunkt der Rückzahlung. Moment mal, hat gerade der SPD-Politiker und Staatsminister Carsten Schneider öffentlich in der Sendung hart, aber fair zugegeben, dass der Staat pleite ist? Das hörte sich so an. Wir hören noch mal rein. Ich muss ja mal kurz zur Finanzlage ein paar ehrliche Worte sagen. Wir haben einfach kein Geld mehr. Das ist ja mal interessant. Er ist zwar ehrlich, aber die Frage ist, ist es üblich, dass ein Ampelpolitiker so offen und ehrlich mit der finanziellen Lage des Staates umgeht? Schreibt eure Meinung dazu am besten jetzt direkt in die Kommentare. Was ist das für eine Aktion gewesen? Was ist das für ein Geständnis? Und was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare hier bei Politikfokus, deinem Kanal rund um das politische Geschehen hier in Deutschland. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du kein neues Video mehr verpasst. Vielen Dank. Die Bild-Zeitung schreibt direkt danach, SPD-Politiker jammert bei hart, aber fair. Wir haben einfach kein Geld mehr. Das ist schon eine heftige Aussage und genauso heftig war dann direkt das Feedback seiner Parteigenossen. Denn gebrieft wurde offensichtlich vorher nicht, dass er diese Aussage vielleicht besser nicht getätigt hätte. Die Zeitung der Westen hat die Reaktionen mal eingefangen. Die SPD-Genossen regen sich nämlich an den Bildschirmen auf mit den Worten ehrlich peinlich. Bei linken Sozialdemokraten heißt es hier, die das starre Festhalten an der Schuldenbremse angesichts der nötigen Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und klimaneutrale Wirtschaft kritisieren, kommen diese Sätze schlecht an. Ehrlich peinlich Genosse, schreibt beispielsweise das SPD-Mitglied Maximilian Reimers aus Schleswig-Holstein auf Ex, also ehemals Twitter. Und weiter schreibt er, du bist auf SPD-Mandat gewählt, vertrete doch bitte auch die Position unserer Partei und rede keinen finanzpolitischen Giga-Dünnschiss. Das sind mal klare Worte. Luca Fischer von den Jusos postet ebenfalls dort zu diesem Ausschnitt von hart, aber fair, den wir auch gerade uns angeschaut haben, dieser Partei anzugehören tut oft wirklich weh. Heute ist mal wieder so ein Tag. Der Freiburger SPD-Mann Martin Günzel schießt gegen den parteiinternen Flügel, dem der Staatsminister angehört. Er sagt, Carsten Schneider ist Seeheimer, die haben noch nie wirklich sozialdemokratische Finanzpolitik betrieben. Also ganz heftige Aussagen und zwar aus den eigenen Reihen. Ob das der Ampel-Koalition und der SPD an sich gut tut, das ist vielleicht besser von euch zu beantworten. Schreibt eure Meinung zu diesem Zitat und zu den Reaktionen in die Kommentare. Und jetzt gucken wir uns erstmal an, was es denn mit dieser Aussage überhaupt auf sich hat und ob der Staat wirklich kein Geld mehr hat und woran das liegt. Und vor allem, was das für uns als Steuerzahler bedeutet und für unsere Zukunft und vielleicht auch die Zukunft unserer Kinder. Wir sehen es hier aus dem Merkur. Es klafft eine Milliardenlücke im Bundeshaushalt. Und genau da in diese Situation hinein kommt dann der liebe Herr Schneider mit seinem überraschenden Geständnis. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im November 2023 kennen wir alle diese Milliardenlücke. Erst nach C im Ringen konnten sich die Spitzen der Ampelparteien auf einen Finanzplan für dieses Jahr, also für 2024, einigen. Und auch für 2025 droht der Regierung erneut ein harter Kampf. Schneider ist Staatsminister beim Bundeskanzler und Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland. Und der hat dann mal tatsächlich Klartext geredet. Viele von euch haben auch von dem Klimageld gehört, das eingeführt werden soll, um von den steigenden Kosten durch die CO2-Bepreisung die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Das ist hier auch nochmal wiedergegeben. Aber hier vor, bevor es soweit ist, müssen organisatorische und technische Hürden überwunden werden. Und darum fragte der Moderator Klamroth in der Sendung bei Hart aber fair den lieben Herrn Schneider, ob das Klimageld denn noch vor der Bundestagswahl 2025 eingeführt wird. Und da war auch die klare Antwort, nein, die Einführung des Klimageldes verzögert sich. Das Klimageld wird kommen, aber erst in den nächsten Schritten der Erhöhung, in der nächsten Legislaturperiode, sagte Schneider. Die Frage, die sich stellt, ist, ist die nächste Legislaturperiode noch von der Ampel geprägt? Denn auch da könnte es ja vielleicht etwas anderes geben. Die Erhöhung des CO2-Preises sei noch von der letzten Regierung beschlossen worden. Die Mittel, die dadurch eingenommen werden, dienen dazu, dass wir zum Beispiel die EEG-Umlage senken und den Umbau der Energie subventionieren, sagte Schneider. Und erst danach könne die Bundesregierung die Bürger entlasten. Das heißt also mal wieder warten für uns. Und warum ist kein Geld mehr da? Weil der Bund unter anderem in den vergangenen Jahren allein für die Corona-Hilfen und die Subventionierung von Gas- und Strompreis 800 Milliarden Euro ausgegeben hat. In der Sendung war auch Zura Wisnic, Friseurmeisterin aus Remscheid. Und sie hat gesagt, erstmal müssen wir uns um unsere Leute kümmern. Deutschland muss stark bleiben, damit es anderen helfen kann. Und dabei spielte sie auf die Debatte um die Entwicklungshilfen der Bundesregierung an, also viele, viele Millionen, die in andere Länder gehen, anstatt in Deutschland sinnvoll eingesetzt zu werden. Wobei Schneider konterte, ich glaube, dass dieses Land deutlich stärker ist, als es gemacht wird. Spannenderweise ist es aber tatsächlich so, dass eine Menge Gelder ins Ausland gehen. Die NNZ online geht in einem Kommentar sogar noch weiter. Hier heißt es, wir verlieren unseren Wohlstand. Wirft man einen Blick auf eine junge Veröffentlichung der Statistikabend des Eurostat in Luxemburg, dann sieht man, wie viel Geld denn tatsächlich ins außereuropäische Ausland abfließt. Eurostat teilte vor einigen Tagen mit, dass im vergangenen Jahr 43,5 Milliarden Euro auf Konten in europäischen, nicht EU-Ländern eingezahlt wurden. Das bedeutet einen Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Geld floss hierbei vorwiegend in asiatische und nordafrikanische Staaten. Und es handelte sich ausschließlich um private Überweisungen, nicht etwa um Gehaltszahlungen ins Ausland. Mit 43,5 Milliarden Euro könnte man auch in Deutschland selbst eine ganze Menge anfangen. Und es geht hier weiter in dem Artikel mit der Erklärung, unser Geld wird sozusagen dort zwischengelagert und durch andere dunkle Kanäle weitertransportiert. Eine alarmierende Zahl. Aber wie kann man diesem Entzug finanzieller Mittel aus unserer Volkswirtschaft entgegentreten? Wie kann man sicherstellen, dass nicht weiterhin maßlos Steuergelder und weitere finanzielle Mittel ins Ausland abfließen? Hier schreibt die NNZ, ein erster Vorstoß in die richtige Richtung könnte die Einführung von Bezahl- oder Guthabenkarten für Migranten sein. Das hat den Vorteil, dass das Geld dort gebunden bleibt, wo es für soziale Leistungen und zwar für den eigenen Lebensunterhalt hingehört. Hier in Deutschland. Hier wurde es erwirtschaftet und hier sollte es im Idealfall auch reinvestiert werden. Die AfD hat dazu übrigens schon einen Vorschlag in den Bundestag eingebracht mit dieser Geschichte. Zweiter Punkt, der immer wieder in der Kritik steht, ist das Bürgergeld. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann bekräftigte erneut, bei einer Regierungsbeteiligung das Bürgergeld reformieren zu wollen. Sprich also, wenn die CDU die kommenden Bundestagswahlen gewinnen sollte, dann ist sein Credo, das Bürgergeld wird reformiert. Unter anderem wolle die Union die Vermögensprüfung wieder einführen und Sanktionen einführen. Das schreibt die Zeitschrift Welt am 28. Januar. Linnemann sagte weiter, niemand muss in Deutschland arbeiten. Aber wer Sozialleistungen erhält und arbeiten kann, darf nicht mehr davon ausgehen, dass andere, die jeden Tag hart arbeiten, das bezahlen. Soziale Hilfe wird sich in Zukunft wieder auf die wirklich Bedürftigen konzentrieren. Finanzminister Lindner rechnet damit, dass sich im kommenden Jahr kaum etwas ändern wird. Er sagt sogar, dass beim Bürgergeld im kommenden Jahr eine Nullrunde zu erwarten sei, weil eben der Regelsatz zum 1. Januar dieses Jahres sehr stark gestiegen sei. Genau genommen um 12 Prozent als sogenannter Inflationsausgleich. 12 Prozent kann ein Mensch, der jeden Tag arbeiten geht, tatsächlich nur von Träumen von einer jährlichen Gehaltserhöhung. Und dafür musste Lindner von seinem Kabinettskollegen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD Kritik einstecken. Also selbst in der Ampel sind sich die Leute nicht grün. Das Wortspiel war nicht beabsichtigt. Niemand sollte den Eindruck erwecken, dass der Regelsatz im Bürgergeld gewürfelt wird, sagte Heil dem Magazin Spiegel am vergangenen Freitag. Also als direkte Antwort auf die Äußerungen von Christian Lindner in der TV-Sendung Maybrit Illner. Der Regelsatz für das Bürgergeld entspreche nämlich vielmehr den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichtes, ein menschenwürdiges Existenzminimum abzusichern. So oder so steht aber fest, wir haben einfach kein Geld mehr, um es mit den Worten von Staatsminister Carsten Schneider zu sagen. Er hat damit für Aufsehen gesorgt, aber vielleicht auch eine sehr wichtige Diskussion in Gang gesetzt, die parteiübergreifend geführt werden muss und die richtigen Schritte jetzt eingerechnet und eingeschlagen werden müssen, um diese Situation zu ändern. Die BILD spricht in diesem Zusammenhang sogar von einem Offenbarungseid. Zum ersten Mal, denn das ist tatsächlich noch niemals passiert, hat ein Mitglied der Bundesregierung in einer Talkshow ganz offen und unverblümend zugegeben. Die Bundesregierung hat Kasse leer, Ebbe nix da und das übrigens trotz Rekordsteuereinnahmen. Die Prognose für 2023 sind 916,1 Milliarden Euro. Das heißt, da kann man schon eine ganze Menge theoretisch mit machen. Und noch ein Fehler hat Schneider in dieser Sendung eingestanden, nämlich es ging mal wieder um das Thema die Bauernproteste und auch da hat er eindeutig gesagt, Zitat, das ist dann ein Fehler gewesen bei den Landwirten. Die Doppelbelastung bei Kfz-Steuer plus Agrardiesel, das war zu viel und es war nicht kommuniziert. Das ist ganz klar ein Fehler gewesen. Also das erste Mal, dass ein SPD-Politiker, ein Ampel-Politiker tatsächlich zugibt, wir haben kein Geld mehr und das war falsch, was wir getan haben. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung, aber was ändert sich denn tatsächlich? Das dürft ihr jetzt in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr von diesem Geständnis von der Ampel? Ist der Staat pleite und wie kommen wir aus dieser Misere heraus? Schreibt es in die Kommentare offen und ehrlich, solange ihr niemanden beleidigt, denn auch das ist wichtig bei uns in einer Demokratie. Vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und auf jeden Fall auch auf das Video zu klicken, was ich hier nochmal eingeblendet habe. Ein weiteres spannendes und auch teilweise brisantes Fragment aus der aktuellen politischen Entwicklung, das du auf keinen Fall verpassen darfst. Bis dahin sage ich Tschö mit Höhe. Bis dahin sage ich Tschö mit Höhe.